Ich lerne Deutsch. Nummer 6958 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Was bedeutet Tanzen für dich? Zeigst du dich gerne einem großen Publikum? Der Tanker läuft in den Hafen ein. An Bord befinden sich petrochemische Flüssigkeiten. An Bord befinden sich petrochemische Flüssigkeiten. Wer kann mir zehn Wörter nennen, die mit dem Buchstaben B beginnen? Wer kann mir zehn Wörter nennen, die mit dem Buchstaben B beginnen? Ich erzähle dir eine Geschichte, die du nicht glauben wirst. Hör gut zu und unterbrich mich nicht. Welche Nahrungsmittel lösen bei Ihnen Unverträglichkeiten aus? Welche Nahrungsmittel lösen bei Ihnen Unverträglichkeiten aus? Die Jungvermählten halten einen Hochzeitsstrauß mit einer Sonnenblume und sehen sich an. Die Jungvermählten halten einen Hochzeitsstrauß mit einer Sonnenblume und sehen sich an. Mein Vater hat die Kirschen gepflückt. Ich trage die Schale ins Haus. Mein Vater hat die Kirschen gepflückt. Ich trage die Schale ins Haus. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! Ich trage die Kirschen gepflückt. Ich trage die Kirschen gepflückt. Ich trage die Kirschen gepflückt. Wir werden die Kirschen gepflückt. Dr. R peeve. Abschlebt! Worte!